Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull & Bones. Heute geht es um Season 1, die ja morgen beginnt. Vermutlich deutscher Zeit, nachts um drei, dort wo auch die Serverwartung stattfindet. Das bedeutet, ihr könntet direkt am nächsten Morgen, Dienstagmorgen rein starten in Season 1 von Skull & Bones. Ich werde das Ganze live übertragen auf Twitch, bin so zwischen 6 und 7 online, relativ früh, weil ich ja selber auch in Season 1 gucken möchte. Und heute geht es darum, was ihr schon für Season 1 vorbereiten könnt, was ihr für Season 1 wissen müsst. Und vor allen Dingen geht es da um zwei Themen, die ihr jetzt schon im Game habt und die dann durch die Erweiterung in Season 1 dazukommen. Dann möchte ich direkt mal anfangen mit dem blauen Feuer von dem Geisterschiff. Die allermeisten werden es wissen, ihr könnt das blaue Feuer vom Geisterschiff random getroppt bekommen. Die Chance ist irgendwo bei 1%, vielleicht auch ein bisschen höher und wenn ihr es entert, dann geht das hoch die Chance. Und ihr könnt auch sehen, ob das Geisterschiff das Item überhaupt droppt, wenn ihr es mit dem Fernglas anguckt. Aber ihr könnt natürlich auch in der Oblietze die Blaupause kaufen und mit der Blaupause das Ganze hier beim Schmied herstellen. Wenn ihr dann die Blaupause habt, dann wird euch auffallen, dass ihr hier ein Item benötigt zum Herstellen, was es noch nicht in der Welt gibt. Und das ist das hier, rachsüchtige Essenz. Kann beim Enteren oder Versenken von Rode Mangodin erbeutet werden? Jetzt wissen wir schon, dass mit Season 1 der Kampf gegen Philippe La Peste kommt, der auch ein giftiger Toter ist oder irgendeiner, der irgendeine Pest von sich hat. Ich habe gerade mal die Skull & Bones Seite auf Deutsch offen und da steht in der Übersicht zu Philippe La Peste, Erreicht er auf der Suche nach einem Heilmittel für seine eiternden Beschwerden den indischen Ozean. Also hat irgendeine Krankheit und geht damit einher mit dem Mangodin niederländischen Geisterschiff, was wir ja schon kennen. Das ist nicht das einzige Item, was jetzt schon im Spiel ist, beziehungsweise nicht im Spiel ist, aber schon im Kodex. Dazu gehört auch die monströse Schuppe. Weil wenn ihr Ouroboros, die Panzerung, die meiner Meinung nach beste Panzerung im Spiel, erstellen wollt, müsst ihr ja 50 Zähne kaufen, 50 Zähne erfahren und dann die Blaupause für die Ouroboros erstellen. Und könnt die dann ebenfalls herstellen. Ich schaue das direkt hier im Kodex nach, das ist ein bisschen einfacher. Hier haben wir die Ouroboros und da seht ihr genau hier links oben, dass ihr monströse Schuppen braucht. Und monströse Schuppen sind auch noch nicht im Spiel drin, weil wir haben hier nur den Koharibu und der lässt nur Zähne fallen. Und diese Schuppen werden ebenfalls mit Season 1 reinkommen, mit dem neuen World Event, mit dem neuen Zama Haribo, denke ich mal. Was ich aber verwirrend finde ist, dass sie das Tilosaurus nennen und hier heißt es Zama Haribo. Deswegen bin ich da noch ein bisschen gespannt. Dasselbe gilt hier für Mangodin, Rode Mangodin. Aber der Endboss hier heißt Philipp Lapest, bedeutet eventuell kommen nochmal zusätzlich zu Philipp Lapest und Tilosaurus noch der Rode Mangodin rein und auch der Zama Haribo. Was ich mir auch denken könnte ist, dass vielleicht der normale Kuh Haribo und der normale Mangodin in der Season 1 ersetzt wird. Und deswegen mache ich auch dieses Video. Versucht heute im Laufe des Tages noch so viele Zähne und so viele nebelhafte Asche wie möglich zu farmen, um euch einerseits die Blaupause für das blaue Feuer als auch die Blaupause für Ouroboros kaufen zu können. Wenn ihr es alleine nicht hinkriegt, dann schaut gerne auf Twitch vorbei und joint dort unserem Community Server. Dort könnt ihr den ganzen Tag Zähne fahren und auch ganz entspannt die nebelhafte Asche fahren. Was einige sicherlich auch noch nicht wissen ist, dass es hier unten im Batavia Riff einen Turm gibt, der bereits zur Pestilenzflotte gehört und Giftschaden macht. Und genau das werden wir auch in der Season 1 vermehrt gerade gegen den neuen Endboss haben. Also für alle die neugierig sind, ey wie wird der Kampf eventuell aussehen, kann ja mal hier ganz unten rechts zum Wachtturm gehen und den einmal bekämpfen. Außerdem steht in der Roadmap etwas zu den Versorgungswegen bzw. wie ihr euer Territorium verwalten könnt. Und da bin ich auch sehr gespannt, ob sich etwas an der Manufaktur mit den Achtermünzen ändert oder ob da noch mehr Tiefe mit reinkommt. Aktuell ist ja relativ, ihr kennt mein Achtermünzen Video, relativ stumpf. Man levelt die Manufakturen, um mehr Achtermünzen zu bekommen, um die Manufakturen zu leveln. Aber da gibt es nicht wirklich einen Grund, das Ganze zu tun. Das Spiel ist jetzt eine Woche draußen. Wäre also der perfekte Zeitpunkt, alle, die ihre Manufakturen jetzt schon ein wenig gelevelt haben, auf das nächste Level zu ziehen und uns noch ein wenig mehr Content zu bieten mit den Manufakturen. Vielleicht ändert sich ja was daran, dass wir die Achtermünzen selber abholen müssen oder die Versorgungsfahrten nicht mehr selber aktivieren müssen oder die Finanzierung nicht mehr selber starten müssen. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was das bedeutet. Ich wurde auch gefragt, ob das neue Schiff, die neue Waffe und auch das neue Möbelstück umsonst, also Free-to-Play, ins Game kommt oder ob man dafür den Battle Pass braucht. Und da kann ich euch beruhigen, wenn man unten in der Ubisoft Webseite, die ich euch unten einmal für Year One und die Roadmap verlinken werde, falls ihr mal selber sehen wollt, was für Season 2, 3 und 4 geplant ist, runter scrollt, dann sieht man dort ein FAQ. Und da gibt es eine Frage, sind diese Inhalte gratis verfügbar? Und da steht ja, alle Spielinhalte bei Skull & Bones sind gratis verfügbar. Deswegen müsst ihr euch keine Sorgen machen, ihr müsst keinen Battle Pass kaufen, um das Schiff, die Waffe und auch das Möbelstück zu bekommen. Außerdem auch noch eine wichtige Information, die ich gefragt wurde, wie lang denn so eine Season läuft. Das ist nämlich nicht wie in anderen Spielen unterschiedlich lang, sondern schon ganz genau definiert. Denn jede Season wird genau 12 Wochen dauern, bedeutet 84 Tage. Das kann man ja auch jetzt schon sehen, wenn ihr hier ins Ruder-Menü geht, dass dort steht, Saison wird an 85 Tagen zurückgesetzt. Die Season startet morgen, also in 84 Tagen, also 12 Wochen. Eine Sache, die auch wichtig ist und die ich oft gefragt wurde, und ich wünsche, ich hätte euch das schon früher in einem Video gesagt, war die Frage zum Buch, weil im Buch steht, dass das Ganze innerhalb jetzt von einem Tag zurückgesetzt wird. Das wurde auf Twitter bereits verneint. Das hier ist ein Fehler von Ubisoft und es wird nichts zum Start von Season 1 zurückgesetzt. Das heißt, keine Manufaktur, kein Buch, keine Level, die ihr irgendwo investiert habt. Nichts wird zum Start von Season 1 zurückgesetzt. Sogar im Gegenteil, ihr kriegt Zugriff auf noch mehr Content und könnt alles, was ihr bis jetzt habt, noch weiter ausbauen. Und da gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu sagen. Es wurde angekündigt, dass ganz viele Quality of Life Improvements reinkommen und natürlich, dass viele Bugs gefixt werden. Das heißt, Ubisoft hat das Ganze auf dem Schirm und wollte keine zwei Patches rausbringen, sondern sich treu bleiben und dann mit der Season 1 alle Patches reinbringen ins Game. Bedeutet, viele Bugs, die ihr jetzt aktuell im Spiel habt, sollten mit dem Patch zu Season 1 dann auch Geschichte sein. Mir ist heute zum Beispiel etwas passiert, das will ich euch auch nochmal ganz kurz sagen. Passt nicht ganz ins Video, aber bevor euch das auch passiert, wäre es ganz gut, dass ich euch da aufkläre und ihr da aufpasst. Es gibt einen Bug, wo ihr ganz viel Silber und vor allen Dingen auch Materialien verlieren könnt. Wenn ihr nämlich kreisgedrückt haltet auf der Playstation und dann in die Frachtverwaltung geht, könnt ihr ja zwischen Frachtraum und Lagerraum hin und her wechseln. Und was passieren kann, muss nicht passieren, aber kann, ist, dass ihr hier unten euer Opium oder euren Rum rüber transferieren wollt, aber euer Opium, euer Rum oder welches Material auch immer im Lagerraum mehr Kapazität ist, als das, was ihr überhaupt auf dem Schiff tragen könnt. Und es gibt aktuell einen Bug, das gesagt wird, ey, du kannst alles rüber transferieren, obwohl du eigentlich nicht genug Platz hättest. Dann struggelt das Spiel. Dir wird doch nur im Frachtraum das gut geschrieben, was du eigentlich fassen kannst. Und der ganze Rest wird verbuggt, wieder zurück ins Lagerhaus gesetzt. Du kannst damit nicht mehr interagieren. Und wenn du neu startest, ist alles, was im Lagerhaus übergeblieben ist, weg. Das ist mir heute im Stream passiert mit goldenem Rum. Da waren 300.000 Silber einfach mal gone. Ich habe es von anderen Leuten im Twitch-Chat auch gehört, dass es dem passiert ist. Deswegen passt auf, wenn ihr etwas transferiert, dass ihr nicht zu schnell bestätigt und immer auf die Menge achtet und nicht mehr in euren Frachtraum reinpackt, als ihr tragen könnt. Achtet darauf und drückt nicht zu schnell X. Ich hoffe, dass das gepatcht wird morgen. Aber falls es nicht gepatcht wird, dann solltet ihr das auf jeden Fall wissen. Deswegen hier auch nochmal ganz wichtig, dass ihr den Bug beachtet und ihr nicht vielleicht aus Versehen Tausende über Tausende an Materialien verliert. Ansonsten bin ich extrem gespannt auf Season 1 tatsächlich. Ich will den Battle Pass durchgrinden. Ich freue mich auf die neuen Gegner, auf die neuen Herausforderungen. Ich freue mich darauf, Ouroboros endlich bauen zu können. Und natürlich freue ich mich auf das neue Schiff, was eventuell ein paar Knoten mehr hat. Wer weiß, das würde ich mir sehr wünschen. Ich würde mich sehr über einen Fond auf den Kanal freuen, sehr über einen Like auf dem Video und sage es zum nächsten Mal, Leute, haut rein!